Histamin ist ein natürlicher Botenstoff, der an verschiedenen Abläufen im Körper beteiligt ist. Histamin ist in vielen Lebensmitteln enthalten wie Käse, Meeresfrüchten und Rohwürsten, Schokolade, Alkohol, aber auch in verschiedenen Gemüse- und Obstsorten wie Tomaten oder Erdbeeren. Um Histamin aus der Nahrung im Darm abzubauen, benötigt der Körper das Dao-Enzym. Ist dieses zu wenig vorhanden, kann Histamin nicht abgebaut werden. Dann gelangt es über die Darmschleimhaut in den Kreislauf. Daosin ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit dem Enzym Diaminoxidase, Dao, zur Unterstützung des Abbaus von Histamin aus der Nahrung. Die Einnahme einer Kapsel ca. 15 Minuten vor einer histaminhaltigen Mahlzeit sorgt dafür, dass das Enzym bis zum Verzehr der histaminhaltigen Lebensmittel aktiv ist. Mehr Informationen zu Lebensmittelunverträglichkeiten